Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu dem Gewinnspiel Auflösungsvideo hier auf meinem Kanal und heute ist es endlich soweit, zwei ganze Wochen sind rum, ihr konntet zwei Wochen mitmachen bei dem random Gewinnspiel Ein Monat Premium konntet ihr auf gommahd.net gewinnen und heute gibt es das Auflösungsvideo, denn ich mache keine Fakes bedeutet alles ist real und heute dann auch letztendlich mit Beweisvideo, dass das wirklich random ist und keine Verarsche oder sonst irgendwas Also, lassen wir uns doch mal nicht lumpen und beginnen wir ganz einfach Erstmal, Dankeschön für 200 Likes bei dem Video Dazu 200 Kommentare, mega, mega cool Dankeschön, wenn ihr deswegen noch ein Gewinnspiel wollt, dann gebt bei diesem Video einfach mal einen Daumen nach oben und dann wird es demnächst wieder ein kleines Gewinnspiel geben, wo ihr vielleicht wieder einen Monat oder sonst irgendwas anderes gewinnen könnt Denke ich mal, wird ganz cool, also kopieren wir erstmal den Link und fügen ihn ein Let's go, load comments, jetzt wird ein random Gewinner ausgepickt von YouTube, also von dieser Website und wir haben einen Gewinner Wir haben einen Gewinner und wir können ihn jetzt anschauen, indem wir hier unten draufklicken Okay, Trommelwirbel, oh mein Gott Jetzt ist es ein bisschen spannender, also der Gewinner ist Florian Benecke Ich würde gerne gewinnen, da ich noch nie Premium hatte und es mir wahrscheinlich auch nie kaufen werde Aber ich würde es doch sehr gerne mal ausprobieren Ingame-Name Schreibfehler Dankeschön Florian, dass du mitgemacht hast Du hast letztendlich jetzt gewonnen Wenn du dieses Video siehst, dass du gewonnen hast Dann schreib mir doch mal bitte irgendwo Und dann bekommst du dein Premium von mir zugewiesen, dann werde ich das Ganze bezahlen über gommad.net Shop Und dann hast du dein Premium Von daher meld dich bei mir Und ich werde natürlich noch überprüfen, ob du wirklich mich abonniert hast Und so weiter Von daher würde ich sagen Wenn ihr ein Gewinnspiel wollt, dann lasst ein Like Da morgen kommt ein normales Video Von daher Haut da rein Bis zum nächsten Mal Und tschüss